Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir befinden uns auf diesem Platz hier und ich denke, wir gehen erst mal direkt hier zu unserem Freund Lorenzo de Medici. Als sein Ex war, ist er in den Platz gefallen und dann dachte er, es wäre aus mit ihm, aber ein Fremder hat ihn gesaved, also einen rausgeholt. Und dann, das war eben wahrscheinlich sein Vater, also Etios Vater. Also Etios, ich überlege jetzt wieder, wie er die anderen tüten, äh, wie er die anderen tüten soll. Und wie gibt ihm Lorenzo? Lorenzo gibt ihm halt vier Namen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, der Er hat ihm also die Codex-Page gegeben, er war selbst wohl ein Antiquitäts-Sammler oder nur? Ähm... Hier... Oh! Okay, was ist das denn? Jakobo de Bazzi Wollte eigentlich schon auf die Karte. Aber das ist natürlich auch ganz interessant. Lorenzo... Ah ne... Äh Bernado di Bandio Barnocelli Nein, nicht Balotelli Die Meiji-Pamilie-Macht getötet Bei dem Hals ist ihm gefoltert worden Der Fauna und der Bagone Der in Brutalität hinkommt Tötet auch Frauen Offensichtlich Hat ihm in den Rücken Stoß Und wer ist das? Maffei Francesco Salviati Ja Ok Priester Ist der Fan oder Vagone? Sollte aber eigentlich von Gott etwas anderes gelernt haben Ähm, ja, ok Und die Formation Man muss man im Spiel lassen Hoppla Du brauchst so rumzudecken Du brauchst so rumzudecken Wir haben auch keine Nociority Ist das gut? Nein, wie hältst du das mal? Was ist das denn? Contract? Komm, wir gehen da mal hin Sollte aber Wundern Den Platz Der Stil Oh Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du eine Nachricht bekommen oder verschickt? Achso, hier können wir... Okay. Killing the merchant at the market. Snaps! Irgendwer spielt hier Musik. Wow. Das ist klar gemacht. Achso. Ich denke, die Klinge ist rausgehalten. Nein, nein, nein. Eigentlich vor ich jetzt nicht mal kann. Egal. Bist du Ubi? Was ist das? So was für mich zum Teil auch echt unnötig, dass man ewig weit laufen muss. Lol, was sieht der mich? Achso, der steht hier oben drauf. Alter. Oh, ich habe einen Sturm. Ich habe hier nichts verloren. Oh Mann. So, fall runter, fall runter, fall runter. Da will ich halt hier auf die Fahrzeuge. So, dann sind wir ganz schön. Da runter. Das ist doch ein ganzes Stück. Das ist doch ein ganzes Stück. Soll. Ich sehe sie nur doof. Und dann spring ich erst mal runter. Hoppla. Oh, wann hat der mich denn sofort angelt? Außer ich habe ihn noch gar nicht gesehen. So jetzt. Oh, ich habe mir die Dinger genommen. Oh Gott. Ja. Also auf 1 liegt Medizin. Alter, anschleichen kann man sich eigentlich. Der hat seinen Bogen fallen lassen. Ist der doof? Kommt schon. Ahh. Wir sind im grünen Bereich. Ich muss ja den wahrscheinlich lokalisieren. Ah, der wird hier sein. Nein! Hallo. Ah, sorry. Ja, was guckt ihr so doof? Ich kletter doch nur ein Haus hoch. Wie das nie, oder was? Als nächstes Mission. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt wieder ewig weit von diesem hessischen Missionsziel entfernt. Nicht darunter. Alter, was kann die Kamera nicht weiter machen? Boah, wir sind so geil. Zwei auf einmal. Aber richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Was ist das für ein weiter Typ? Willst du sterben? Hä? Was ist das denn? Hm? Ne, ich habe sie ja verfolgen, muss ich sagen. Komm schon. Bist du verloren? Ich möchte dich töten. Weil du vor mir wegläubst. Bin nicht, nämlich. Absolut bin ich hier noch. Aber ich will dir doch gar nichts. Ich will nur ein Leben. Nur nichts Schlimmes. Was ist das gewesen? Was bist du? Warum war da so ein weißes Ding überlegt? Okay. Auf jeden Fall ist unsere... Ah. Boah, das ist toll. Alter. Ich habe einen Fall in den Kopf. Ja, das ging auch noch runter. Boah, gar nicht Buggy oder so. Oh, sah witzig aus. So. Ich glaube, das war einfach nur ein reicher Mann. Der einfach viel Geld dabei hatte. 1.500 nämlich. Der hat ihn gekriegt. So. So. Wo ist... Ah, da unten. Ich suche die ganze Zeit dieses Teil. Wo ist das hier direkt? So. Bisschen billiger. Ist mal gut. Hoppla. Entschuldige. Wollte ich nicht. Hier steht aber noch einer. Achso, aber das ist nicht hier. Ein Gang. Weil ich wollte nämlich diese Truhe haben. Was stehen jetzt alle aufzusehen? Können wir sitzen bleiben? In diesem Luffy wie möglich. Aber wie die alle doof gucken, ey. Fällt doch nur auf. Oh, eins. Hoi, nein. Was ist das denn? Na ja. Angucken. Das Ruhi Knife ist... Das Ruhi Knife ist... Dann dritter hoch! Alter. Ich höre euch hier. Die französischen Freunde, ja? Was habt ihr jetzt bei Assassin's Creed Steuerung Für eine Scheiße gebaut. Ach, ich darf das auf dem Weg aneinander. Nein. Nimm uns da. Und dann sind wir wieder weg. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Alter. Was haben wir dir getan? Geil. Das war episch. Jetzt sind wir ganz schnell wieder weg. Wir werden schon wieder ein bisschen durchlaufen. Ich fliege erstmal in der Menge hin. Und nochmal. Gut geschlafen. Können wir näher an uns. Im Teil. Ist gut. Halt ab. Ohne Spaß. Wie haben wir gemeint. Das sind die für eine schwarze Linie im Schattenau oder sowas. Ach, das war schon. Ich hole das gut. Gucken wir mal mal hier gerade. Gucken wir mal kurz aus. Super. Ja, die sind auch nicht kaputt. Arme. Arme, Arme, Arme. 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 Ah, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich in der Villa noch sowas ganz aufrüsten. Oh, die sind natürlich auch fett. Die kostet natürlich auch fett. Nein. Stiletto. Achtung. Meditation. Achso, das brauchen wir doch noch nicht. So, und jetzt diese Monsieur hier. Der Wert von Monta Regiano ist gerade hochgegangen, warum auch immer. Wir fahren jetzt geile Dinger. Ähm, geile Dinger, ja. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.